Und ein Moinzen zum Preview-Podcast zum Spiel gegen Holstein Kiel. Wie immer die News davor oder quasi ein Anliegen von mir davor. Ich bin jetzt ja noch ein bisschen pingeliger geworden oder ein bisschen. Das heißt pingeliger, aber einfach machen wir da mehr Aufwand. Oder noch mehr Aufwand, dass ich mir sowieso schon mache. Aber noch mehr Aufwand auch in Sachen Quellenangabe. Also jetzt sind auch die News drin, Bilderquellen und sowas. Wie gesagt, auf Spotify sehe ich da keine Möglichkeit. Aber auf YouTube in der Videobeschreibung zum Beispiel Links zu den Artikeln und so weiter. Also auf die ich mich hier beziehe. Oder die Statistiken und sowas, Webseiten mäßig. Also könnt ihr da vorbeigucken, wenn ihr die Dinger in voller Fülle lesen wollt. Und jetzt geht es gegen Kiel. Erstmal noch zwei andere Infos, die nichts mit Kiel zu tun haben. Und nicht direkt. Wir sind Fans von euch. Der VfB hat ein Trikot rausgebracht. Das ist, glaube ich, auf 500 Ausgaben limitiert, wenn ich es richtig lese. Ähm, geht hier Erlöse zugunsten VfB Fairplay und Corona-Soforthilfe. Auch ganz nice. Schwarzes Trigger, roten Brustringer stellen. Wir sind Fans von euch drauf. Weiß nicht, ob es da noch andere Layouts gibt dafür. Aber das wird gegen den HSV getragen nächste Woche im Top-Spiel. Das wir schon mal vorweggenommen auf jeden Fall nicht verlieren dürfen. Weil so, äh, gegen Kiel auch schon mal vorweggenommen. Ähm, nach dem Wiesbaden-Spiel sehe ich auch jetzt nicht irgendwie ein Feuerwerk. Deswegen muss ich auf jeden Fall gegen HSV aufpassen, da nicht zu verlieren. Sonst kann es sich dauerhaft mit Platz 3 anfreunden. Aber das, das erstmal vorweggenommen für, für, für gleich quasi. Ähm, ja, eigentlich eine ganz schöne Aktion. Nettes Trikot. Ist, glaube ich, auch ein Ticken billiger als so ein normales Trikot. Und wenn ich es hier auch noch richtig lese, kann man tatsächlich auch die Trikots der Profis aus der Partie ersteigen. Und das ist alles für einen guten Zweck. Kann man machen. Gute Aktion. Out of nowhere quasi. Quasi dieses Trikot einfach mal so rausgetroppt. Aber nimmt man mit. Gute Sache. Auch gute Sache. Ja, hier, äh, schlägt der Verlierer und so. Aber an sich finde ich es eine gute Sache. Einspruch eingelegt. Der VfB geht juristisch gegen die Wertung des Wien-Spiels vor. Der VfB hat am Dienstag 19. Mai 2020 beim Deutschen Fußballbund Einspruch gegen die Wertung des Meisterschaftsspiels der 2. Liga. Der 2. Mundsieger zwischen dem SVW in Wiesbaden und dem VfB eingelegt. Sportdirektor Sven Mislintat. Grund für unseren Einspruch ist, dass das Verhalten des Schiedsrichters bei der Entstehung des Siegtreffers von den SVW in Wiesbaden nach unserer Überzeugung einen Regelverstoß darstellt, der einen unmittelbaren Einfluss auf das Endergebnis des Spiels hatte. Alles inhaltlich komplett korrekt hat der DFB ja auch sogar schon, ähm, in seinem Statement rausgekommen nach dem Motto, ja, dass das überhaupt eingegriffen wurde, ist Bullshit. War keine klaren Fehlentscheidungen und so weiter und so fort. Das ist das wiedergegeben und die Handregel und sowas war dann anscheinend wieder regelkonform und der Messenspielraum und sowas. Also, ich erwarte mir da nichts. Ich weiß doch nicht, was da jetzt rauskommt und mein Spiel dann wiederholt wird oder sowas. Ob ich das will, weiß ich jetzt auch nicht, aber gut. Schlimmer als die Niederlage kann es ja sowieso nicht werden. Dann kam, was denn genau passieren würde. Es sollte die Fehler wirklich drauf anspringen quasi, was er vermutlich nicht tun wird. Es gab genügende Spiele, glaube ich schon, wo wirklich auch mit Grund, mit richtigen Gründen Einspruch eingelegt wurde. Aber ich glaube, viel Einzige ist da nicht am Start. Ich glaube nicht, dass das irgendwie was bringt, aber zumindest mal ein Zeichen setzen, dass man sich nicht alles gefallen lässt von diesen neuen Regeln, vom VAR und von einfach Schiedsrichterentscheidungs-Bullshit. Mit Bingo, dass man sich da nicht die Blödsinn das alles hinnimmt. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das auf irgendwas hinausgehen wird. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, keine Ahnung, wie einen Neustart oder einen neuen Versuch gegen Wiesbaden bekommen. Wie auch immer, dass wir das Spiel nicht verloren haben. Aber Zeichen ist schon mal gut. Jetzt können wir tatsächlich ins Spiel gegen Holstein-Kiel rein. Die nach aktuellem Stand, lassen wir kurz durchhoppen, auf dem achten Platz sind. Auch nur zehn Punkte hinter uns. Also, nur zehn Punkte hinter uns. Wir sind Dritter mit 45 Punkten. Und Kiel, lass mich durchswitchen, hat jetzt 2-2 gespielt bei Regensburg. Ich bin ehrlich, ich habe keinen belastenden Dunst von dem Spiel. Weil man sich vor allem in diesem Geisterspiel kackt. Wirklich auch nicht wirklich viel mehr, außer vielleicht so ein Topspiel von Dortmund-Bayern oder sowas reinziehen kann. Oder irgendwelche brisanten Duelle halt reinziehen kann. Neben halt den Spielen seines Vereins. Deswegen habe ich mir das Spiel natürlich nicht reingezogen. Davor haben sie ein 1-1 gespielt gegen Fürth. Davor gegen Hannover verloren. Und davor gegen Heidenheim verloren. Also, die letzte Phase ist gar nicht mal so gut von Kiel. Die haben in Regensburg, das habe ich nur gesehen, oder kann man sich ja angucken im Ticker, haben geführt 2-0, haben noch kurz vor Schluss das 2-2 kassiert. Oder halt noch kurz davor eine Aufholjagd von Wiesbaden. Da ist das Wiesbaden-Trauma von Regensburg. Da verließe ich auch gar nicht so verkehrt. Da haben sie gegen Aue gewonnen, gegen St. Pauli gewonnen, gegen KSC gewonnen, Unschieden, Darmstadt. Also, generell seit der Rückrunde zähle ich 3 Unschieden, 3 Siege und 2 Niederlagen. Also, ja, 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 ist schon in Ordnung. Wenn man bei uns mal guckt, habe ich auch irgendwo aufgerufen. Dann sehe ich seit dem Wiederanpfiff quasi 4 Siege, 2 Unschieden und 3 Niederlagen. Und da halt einer da vorne in Leverkusen. Also, ja, kann sich ja eh da einen Schuh draus machen oder einen Strick draus ziehen. Wie ihr immer das formulieren wollt, wie viel man da jetzt auf Statistik geben kann. Und wir haben gegen Kiel in der Hinrunde 1 zu 0 verloren. Das war direkt nach Wiesbaden, wie jetzt ja auch. Ha, lol. Auch ein Trauerspiel. Auch nicht so viele Chancen oder nicht so krass unverdient wie dann noch gegen Wiesbaden davor. Das war dieses abgefahrene Ding mit gefühlt 48 Torschüssen. Ähm, und 95% Ballbesitz gefühlt. Und das gegen Kiel, ja. Ich weiß noch, was Badstubber mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Und da seine, äh, seine, ihr seid ein Muschis geworden. Spruch daraus kam. Wo wir uns auch wieder dumm angestellt haben. Machen unsere Chancen nicht am Anfang. Fangen uns natürlich zum perfekten Zeitpunkt direkt quasi nach der roten Karte. Das 0 zu 1. Kriegen nichts mehr hin. Ähm, ja. Auch richtig scheiß vor dieser Phase, wo es dann vor dem HSV ging. Und da haben wir dann 6-2 aufs Fressbrett bekommen. Ja, sagen wir mal, ich hoffe ja so sehr, dass wir jetzt nicht auch so eine Aktion wieder bringen. Gegen Wiesbaden nicht gut ausgesehen oder halt einfach kein Ergebnis geliefert. Und jetzt dann gegen Kiel bin ich gerade auch nicht so wirklich optimistisch. Ich habe Bock auf das Spiel, aber nur aus dem Grund, dass ich einen Stream mache da wieder. Oder ab jetzt quasi die Streams kommen, weil ich jetzt wieder in Ansbach hock alleine. Da habe ich richtig Bock drauf, weil es sich einfach bockt zu streamen. Vor allem jetzt auch noch mehr, wenn das Spiel schon nichts hergibt. Und auch quasi sich so, man sich quasi alleine vom Fernseher anfühlt, weil keine Fans noch sowas zu hören sind. Ähm, dann machen wir quasi über den Livestream die Fanbase hier Unterstützung. Davor haben wir im Pokal, da habe ich auch im Trailer drin. 2-1 gewonnen in Kiel, 2-15. Und dann 1970 noch ein Spiel im D4-Pokal, was wir verloren haben. 2-1, also insgesamt drei Spiele gemacht gegen die, das war es dann bisher. Ähm, also auch da kann man nicht, nicht viel sagen. Also hätten wir irgendwie Fluche oder Flüche, Fluche. Ähm, was auch immer davon jetzt richtig sein mag. Flüche, Fluche. Gute Frage, da bin ich jetzt gerade ein bisschen lost. Ähm, also kann man statistisch sowieso jeder sich überlegen, kann man das bewerten, kann man das nicht bewerten. Ähm, ich sage ja, Statistiken sind schon manchmal drin und auch irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche Gegner liegen einem auch statistisch besser. Stimmt einfach, ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, aber hier gibt es absolut nichts. Absolut nichts. Wir müssen auf jeden Fall so dermaßen aufpassen, dass wir dieses Scheißspiel gewinnen. Junger Vater, wir müssen so dermaßen aufpassen. Am Freitag spielt Heidenheim gegen Wiesbaden zu Hause, die sind unter uns mit vier Punkten Abstand. Wenn die gewinnt, sind die auf einen Punkt an uns dran. Und dann spielen wir parallel, äh, spielen parallel zu unserem Spiel der HSV zu Hause gegen Bielefeld. Mal gucken, was da passiert. Mit ein bisschen Hoffnung holt Bielefeld da auch einen Punkt wie bei uns und wir können mit einem Sieg am HSV wieder vorbeigehen. Also es muss halt nicht sein, dass es jetzt alles so eng steht. Es muss wirklich nicht sein. Also gleich viele Punkte, acht Tore schlechter als der HSV, das muss nicht sein. Bin ich mal sehr gespannt, wie dieses Hamburg-Bielefeld-Spiel wird. Bin ich mal wirklich richtig hart gespannt. Wenn wir jetzt wieder so eine dumme Aktion bringen, wie wir es schon letztes Mal gebracht haben gegen Wiesbaden und auch schon öfter in der kompletten Saison, ist es eigentlich eh schon fast, wenn man so drüber nachdenkt, wie viele dumme Niederlagen oder dumme Spielverläufe wir hatten. Immer wieder kommende Probleme, wir sind trotzdem irgendwie noch Dritter. Können wir uns auch schon glücklich schätzen. Sollen wir wirklich verlieren und der HSV gewinnen? Junge, jetzt sind wir quasi wegen Torverhältnissen vier Punkte weg vom HSV. Der Spieltag wird interessant. Der wird ganz wild. Der wird ganz, ganz wild. Und dann am nächsten Spieltag, ne, kommt der HSV schon zu uns. Also das wird sowieso bis zum Ende, wir haben jetzt den 27. Spieltag, es wird bis zum Ende, bis zum letzten Spieltag, wird es eng werden. Zwischen Platz drei und zwei. Ich hatte vielleicht gehofft, dass vielleicht noch Bielefeld wieder abfällt oder sowas. Vielleicht passiert das auch noch, aber macht mir gerade nicht den Anschein. Also so halt durch die Corona-Pause hat sich da irgendwas, sag mal, böse, sag negativ entwickelt hat bei denen. Aber macht mir nicht den Anschein. Heidenheim hat ja fett verloren letztes Wochenende. Vielleicht können wir zumindest die auf Abstand halten. Danach kommt nämlich Bielefeld mit 37 Punkten. Also würde es dann schon relativ klar gehen. Weil mit dem Abstand, also den Dritten haben wir, glaube ich, mehr oder minder sicher. Außer es passiert was ganz Krasses. Aber wir wollen halt nicht Dritter werden. Und wir hatten da Bock auf eine Relegation. Also nach der Scheiße gegen Union Berlin, also stimmungsmäßig und so, war das fett. Also das Heimspiel gegen Union Berlin letztes Saison. Relegation am Spiel war beste Stimmung oder krasseste Stimmung in der kompletten Saison. Und danach, gut, das Fabrik Frögen hatte ja auch seinen Touch. Aber wenn man abgestiegen ist, hat man es nicht in guter Erinnerung. Vor allem jetzt noch ohne Fans und alles, da hätte ich ja dermaßen keinen Bock drauf. Ich weiß gar nicht, wer gerade in der 1. Liga auf dem 16. ist. Da wird sich ja irgendwo so zwischen Bremen, vielleicht mache ich gerade Mainz schlechter als es sind. Aber ich glaube Mainz, Paderborn, Düsseldorf und so Mannschaften werden sich da unten, tummeln sich da unten gerade. Das wird alles nicht einfach. Klar, wir haben noch ein paar Spieltage vor uns. Um genau zu sein, haben wir noch 1, 2, 3, 4, da kann ich nicht 5, 6, 7, 8 Spieltage vor uns, wenn ich richtig gezählt habe. Aber das wird wieder wirklich... Ich hatte gehofft, dass es einfach ganz flüssig durchläuft und wir irgendwie da ganz lichär auf Platz 2 oder 1, immer relativ ungefährdet, dann am Ende irgendwie aufsteigen. Aber nee, wir sind der VfB, sowas machen wir nicht. Jetzt müssen wir uns mit dem HSV irgendwie um Platz 2 kämpfen oder um Platz 2 raufen. Und das wird einfach nur eine Krankheit. Jeder Spieltag aufs Neue wird immer gucken, wie spielt der HSV, wie spielen wir, wie spielt der HSV, wie spielen wir. Du kannst nicht mehr gefühlt unabhängig auf dein Spiel gucken und einfach nur genießen, weil jedes Spiel aufs Neue entscheidend sein kann. Jetzt wurden hier schon irgendwelche Endspiele und quasi so Pokalmodus und alle Spiele gewinnen und sowas ausgerufen vor dem Spiel und hier das Maul aufgerissen, blöd gesagt. Dann kriegst du so eine Leistung gegen Wiesbaden und danach hörst du so eine Scheiße mit Na, mental, wir können nicht mit Negativität umgehen und bla bla bla. Also die Zeichen stehen gerade nicht optimal für das Spiel in Kiel. Weder für das Spiel in Kiel als noch für das Spiel gegen HSV vor allem. Zu Hause, wenn es irgendwie einen Unterschied macht. Vielleicht sind wir weiterhin heimstark ohne Fans. Who knows, auswärts schwach sind wir anscheinend immer noch. Auch ohne Fans. Dann bin wir mal gespannt. Tipp wie immer, Fanbrille oder es ist ja eigentlich fast keine Fanbrille in der Liga. Müssen wir eigentlich jedes Spiel gewinnen gefühlt. Außer jetzt vielleicht HSV, Bielefeld und so Sachen, Heidenheim. Weil die, die um uns herum sind, aber gegen 8. Platz musst du eigentlich gewinnen auswärts. Kann ich einschätzen, wie gut hier gerade drauf ist. Aber ich kann einschätzen, dass wir gerade nicht so gut drauf sind. Oder zumindest das Gemüt gerade nicht so positiv gestimmt ist. Also Fanbrille wie immer, Tipp, yo, geil, wir gewinnen das Ding und das wird noch was. Und gegen HSV nächste Woche auch. Dann sind wir vier, fünf Punkte vom HSV oder wie auch immer drei Punkte vom HSV. Aber wenn ich realistisch bin, sehe ich da gerade nicht mehr als einen Unschienen in Kiel. Und dann wird es eine interessante Geschichte, was der HSV gegen Bielefeld macht. Und dann haben wir auch schon den Spaß Donnerstagabend im Topspiel der Woche. Im Topspiel der Zweitliga-Englischen Woche um 20.30 Uhr. Ob es auch wieder einen Stream geben wird, so wie bei jedem Spiel. Vermutlich auch so irgendwas kommt dazwischen. Dann geht es richtig ab. Also auf das Spiel habe ich jetzt schon keinen Bock. Zu Hause gegen HSV, das wird überleben, Schrägstrich, Aufstiegsnotwendig. Ganz einfach. Und dann bedanke ich mich für's Zuhören. Könnt ihr in den Kommentaren oder auf jeglicher sozialen Plattform. Ich bin da überall am Start. Auch verlinkt in den Kommentaren, wo ich überall bin. Auf der Webseite und so weiter. Meinungen zum Podcast schreiben. Selber was zum Spiel. Prognose, wie auch immer. Und dann bedanke ich mich für's Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.